Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch einmal ganz kurz ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie ihr auch euren Kindern rohes Gemüse schmackhaft machen könnt. So, und zwar seht ihr jetzt hier schon zwei Paprika-Boote. Da könnten die Kinder dann mitspielen, dass sie fahren, auch wenn man mit Essen normalerweise nicht spielt. Ich finde, ja, des guten Gemüseswillen finde ich das dann in diesen Fällen in Ordnung, dass die Kinder dann eben ein Paprika-Boot haben, das, ja, weiß ich nicht, vielleicht Holz transportiert und irgendwo hinschiffen muss. Das macht denen zum Beispiel Spaß. Hier auf diesem Teller sind Spaghetti, wie ihr seht. Nein, natürlich sind das Möhren, aber wir stellen uns vor, das sind Spaghetti, auf denen schon die Tomatensauce drauf ist, deswegen sind die orange. Oder, ja, meine Kinder finden die Idee auch toll, sich vorzustellen, dass das vielleicht Schlangen oder Würmer sind. Naja, mich spricht das nicht so an, aber da haben Kinder eben andere Vorstellungen. So, und dabei gibt es einfach ein bisschen Bio-Butter. Diese deswegen, weil in den Möhren das Vitamin A deutlich besser aufgenommen wird, wenn man dabei ein bisschen Fett isst. Und, auch wenn es euch vielleicht jetzt nicht so gut vorkommt, ich würde es euch an eurer Stelle einfach ausprobieren, denn Geschmacksnerven werden trainiert von klein an. Und wenn Kinder sich von klein an daran gewöhnen, auch solche Dinge zu essen, werden sie das tatsächlich lieben lernen. So, bei der Möhre wollte ich euch noch einmal zeigen, also ich habe hier erstmal ganz dünne Scheiben geschnitten, die kann man natürlich auch etwas dicker schneiden, desto dicker ihr die schneidet, desto mehr Vitamine bleiben drin. So, und dann schneide ich hier Streifen, das zeige ich euch noch einmal. So, das ist natürlich ein bisschen viel Arbeit. So viel Mühe gebe ich mir jetzt nicht für jede Mahlzeit. Gerade, weil dieses hier ja auch Mahlzeiten sind, die schon mal so zwischendurch, wenn die Kinder vom Kindergarten kommen, das Essen ist noch nicht fertig. Oder am Wochenende, wenn, ja, die Kinder vorher nicht so viel gegessen haben, dann plötzlich wieder Hunger haben, dann eignet sich so etwas hervorragend. Statt irgendeines anderen Fastfoods ist dann das unser Fastfood. Fastfood, schnelles Essen. So, und zwar bei den Möhren könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr so kleine Möhren habt, auch einfach die Möhren ganz lassen. Wenn das Bio-Möhren sind, braucht ihr die nicht einmal schälen, nur bitte sehr, sehr, sehr gut waschen. Und dann, ja, spielen meine Kinder zum Beispiel gerne, dass sie Kaninchen sind und dann die Möhren essen. Genau, bei der Paprika möchte ich euch noch zeigen. Meistens mache ich die eher so, also dass ich auch hier ganz kleine Scheiben mache. Keine Angst, mein Kind guckt schon ganz entsetzt. Das Boot wird nicht zerstört. Ich mache hier nur einen einzigen Streifen, um euch das zu zeigen. So, und dann kann man zum Beispiel auch Pommes machen. Ihr seht doch, dass das eine Pommes ist, oder? Mein Sohn schüttelt den Kopf. Doch, das sind Pommes. Man braucht nur ein bisschen Fantasie. Und dann sind das Pommes. Oder eben Würmer, oder was auch immer, die meine Kinder sich jetzt wieder vorstellen wollen. Jetzt leckt er sich gerade die Lippen. Also Würmer kommen offensichtlich ganz deutlich besser bei den Kindern an als Pommes. Ich glaube aber nicht, dass meine Kinder echte Würmer würden haben wollen. Ich probiere das mal aus. Mein Sohn schüttelt total begeistert den Kopf. Ich werde es ausprobieren. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Das könnt ihr selbstverständlich mit allem an Gemüse machen. Alles, was man roh essen kann. Kartoffeln zum Beispiel darf man nicht roh essen. Die sind giftig, wenn man die roh isst. Ich zeige euch lieber noch einmal eine. Also Kartoffeln, das wisst ihr wahrscheinlich auch, darf man nicht roh essen. Die sind, wenn man viele davon isst, giftig. Bei Bohnen ist das, glaube ich, auch so. Aber ansonsten kann man eigentlich alles an Gemüse roh essen. Und ja, wenn man es nur ein bisschen dekoriert. Oder genau, eine Idee kann ich euch noch einmal kurz zeigen. Man kann selbstverständlich auch Gesichter machen. Und das lieben die Kinder dann auch. Hier ist ein Auge. Und da ist ein Auge. Jetzt könnte ich mit der Paprika noch ein bisschen besser dekorieren. Der hat eine ganz lange Nase. Einen Mund. Die biegt sich so schön. Der soll nämlich lächeln. Ist auch schön, wenn das Gemüse lächelt. Ja, und dann kann der vielleicht noch ein Öhrchen haben oder so. Aber das muss auch nicht. Ja, muss nicht. Vielleicht einfach noch ein paar mehr Haare. Und wenn ihr verschiedenes Gemüse habt, und wir haben jetzt hier heute nur Möhren und Paprika, aber wenn ihr noch mehr Gemüse habt, dann könnt ihr natürlich noch viel mehr basteln, noch viel schönere Gesichter machen. Die Kinder machen sich auch gerne selber ihre Teller so. Dann habt ihr nämlich weniger Arbeit. Je nachdem, wie alt eure Kinder sind, können die natürlich auch selber beim Schneiden helfen. Und ja, dann wird das eine angenehme Erfahrung für die ganze Familie. Ihr habt wenig Arbeit. Ihr braucht euch keinen Stress machen, wenn ihr es nicht schafft, jetzt sofort schnell ein Essen fertig zu haben. Und trotzdem sind eure Kinder gesund, weil sie Gemüse gegessen haben. Und das mit viel Spaß. Also, denkt dran, mich zu liken, wenn euch das gefallen hat. Denkt dran, mir Tipps zu geben, wenn ihr noch bessere Ideen habt. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wie ihr seht, war ich den Monat sehr aktiv. Ich lade Videos zu allen möglichen verschiedenen Themen hoch, damit ihr eben auch wirklich jedes deutsche Wort lernt. Und das mit mir auf diesem Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, guten Appetit. Und ja, meine Kinder freuen sich jetzt aufs Essen. Bis dann, bis zum nächsten Video.